hallo ihr lieben und recht herzlich willkommen beim nette leute treff eurem 50 freizeit treff im ländle und wie immer es ist dienstag abend oder nachmittag und es wird auf alle fälle zeit für das nächste video denn wir haben auch diese woche einiges für euch geplant was wir geplant haben das gibt es wie immer nach dem intro dranbleiben es lohnt sich ja was soll ich sagen da sind wir wieder einmal im monat gibt es ja unsere movie night und der monat ist schon wieder rum also es wird zeit für den nächsten nette leute treff kino abend der ist am freitag und ihr seid hoffentlich mit dabei denn ich habe wieder was ganz ganz tolles für euch rausgesucht ihr wisst ja wie immer gibt es eine sneak night das heißt ihr wisst nicht was läuft ihr lasst euch überraschen aber es wird auf alle fälle ein ganz ganz toller abend denn ich habe gehört irgendjemand von euch bringt einen großen zwiebelkuchen mit wein ist mit am start haben wir alles da ich freue mich ihr meldet euch an freitag abend 19 uhr 30 wie immer in kornwestheim im nette leute treff hauptquartier und dann haben wir gemeinsam unseren schönen kino abend unsere movie night so das ist der freitag am sonntag ist ja eigentlich unser freier sonntag ihr wisst ja einmal im monat machen wir nichts da erholen wir uns ansonsten ist ja immer programm jede woche jeden freitag vielleicht auch samstag oder sonntag aber am sonntag eigentlich unser ruhetag außer irgendjemand hat noch eine ganz ganz tolle idee und ihr wisst ja ich bin zu jeder stand bereit also meldet euch dann gibt es vielleicht auch diesen sonntag noch ein bisschen was was wir gemeinsam anstellen werden so jetzt habe ich noch eine kleine vorschau auf die kommende woche auf den freitag da ist nämlich wieder unser stammtisch da geht es wieder in ein tolles lokal irgendwo hier im kreis luddigsburg ihr wisst ja wir sind jede woche woanders mal beim italiener bald beim inder beim spanier beim griechen wie auch immer immer was tolles das ist nächste woche freitag und am samstag kommende woche gibt es ein highlight wir fahren mal wieder nach heidelberg und zwar zum heidelberger herbst das ist das große heidelberger stadtfest ihr kennt es da gibt es unheimlich viele bühnen unheimlich viel ganz ganz tolle musik viel zum essen viel zum trinken party ohne ende wir sind mit am start und zwar am samstag bei unserer heidelberger herbstfahrt meldet euch an ihr wisst ja anmelden könnt ihr euch immer entweder über die nette leute treff per whatsapp per homepage oder ihr ruft mich wirklich einfach nur an und sagt ihr möchtet mit dabei sein ich freue mich jetzt erst mal auf den freitag auf unsere movie night dann vielleicht auf den sonntag und ganz speziell auf kommende woche stammtisch und die fahrt zum heidelberger herbst bis dahin sage ich tschüss lasst es euch gut gehen wir sehen uns und auf bald die fahrt zum heidelberger herbst da bir da ein und es geht es geht Untertitelung des ZDF, 2020